Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda Blog Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Bitwarden präsentiert eigenständigen Authenticator App. Bitwarden führt eigenständige Authenticator App ein. Der in den USA ansässige Passwortmanager-Anbieter Bitwarden hat eine eigenständige Authenticator App eingeführt. Diese Erweiterung bestärkt das Engagement von Bitwarden, Benutzern eine sichere und geschützte Umgebung für ihre Online-Aktivitäten zu bieten. Die neue App von Bitwarden, die eigenständige Authenticator App von Bitwarden, ist eine deutliche Aufwertung von der bisherigen Authenticator Integration. Sie bietet dem Benutzer eine zusätzliche Sicherheitsebene und bietet Zwei-Faktor-Authentifizierung als eigenständige Lösung an. Das heißt, dass eine bestätigte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zusammen mit dem Passwort benötigt wird, um Zugang zu den Konten zu erlangen. Sicherheit geht vor. Bitwarden hat sich stets auf die höchsten Sicherheitspraktiken und Standards verpflichtet, um die Benutzerdaten zu sichern. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein treuer Befürworter der Open-Source-Software, was eine umfassende Überprüfung der Sicherheit seines Codes durch jeden ermöglicht. Diese Transparente entwickelt Vertrauen in das Sicherheitsbewusstsein des Unternehmens. Kompatibilität und Zugänglichkeit Die neue eigenständige Authenticator App von Bitwarden ist sowohl für Android als auch iOS erhältlich. Sie ist außerdem mit den meisten bekannten Online-Diensten und Anwendungen kompatibel, was es zu einer universell einsetzbaren Sicherheitslösung macht. Benutzererfahrung Das Design der App ist benutzerfreundlich und leicht zu navigieren. Es ermöglicht den Nutzern, den Authentifizierungsprozess mit wenigen Klicks zu durchlaufen. Nutzerfeedbacks bestätigen die Einfachheit und Effizienz der App und werten sie damit als eine entscheidende Verbesserung der bisherigen Lösung. Insgesamt ist die eigenständige Authenticator App von Bitwarden ein bedeutender Schritt nach vorne in der Welt der Online-Sicherheit. Die App bietet den Benutzern mehr Kontrolle über ihre Konten und eine zusätzliche Sicherheitsebene, um ihre Daten vor Bedrohungen zu schützen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.